die 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 unglaublich muss er jetzt echt erreichen als Meister Das ist der Kuppler ey. Sooo. Deshalb. What the fuck. Jemand ist in der Welt. Und tschüss. Willst du? Hat mein Techt ne Mechtel. Das ist lieber gefressen, du Vollidiot. Je, du hast noch 37, den du noch futtern kannst. Gut, er geht auf 37 los. Apropos. Alter. Ja, ja, ja. Und es wird jetzt ein Candary. Yay. Jemand hat doch tatsächlich einen Grab. Nein. Moment, das ist ein Geheimnis. Geht. Ach Leute, ich krieg's heute echt nicht mehr gebacken. So, es muss jetzt Meisterverkuppler gewesen sein ey. Wie oft soll ich dir noch rammeln lassen. Da, immer noch nicht. Alter. Hol dir einen runter. Ich schwör's dir. Ich schwör's dir. Der Kurt mit Teeskott ist überglücklich, alter. Geht gar nicht. Muss ich mich gar nicht zerstören, diese Freude. Und dann hab ich die Schnauze voll hiervon ey. Ohne Witz. Ah, ich bin so ein Gangster. Lass mich jetzt einfach stehen ey. Das denk ich mir auch. Hat der jetzt 37 mal gefressen. So, das war's erstmal mit Techtelmächteln. Das müssen wir später mal ausprobieren. Vielleicht hab ich auch irgendwas vergessen oder sowas. Soweit ich weiß, musst du ein und dieselbe Rasse fünfmal oder sowas züchten. Und dann hast du es halt. Dann hast du halt einen Meisterverkuppler. Punkt. 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 Das musst du mit fünf Atem machen und dann kriegen wir eins dieser sauren Biester hier wieder rein. Also nicht nur rein, sondern auch als Bestandteil. Punkt. 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 Scoot. Okay, wir sind schon wieder bei einer Stunde weiß ich hier halt. Ah, Kurt mit Tee. Hebe aufgewacht. Ich hab keine Ahnung, ich belasse es jetzt erstmal dabei Mit dem Titel Mächte von Dänen Ich werde jetzt nochmal den Tag abwarten Gleich verteile ich Schellen, Alter, aber mich selber Gibt's ja wohl nicht Wer frisst jetzt 33 oder 34, ey, dann gibt's den Nackenschellen, ich schwör's Nimmer 34, nimmer 40, nimmer 33, gut Okay, nimmer 40, das ist mir egal Nein, das war falsch, ich muss eine Distel kaufen Distel Ah, ist zu voll, ey, das kann man auch echt mal früher sagen, dass das zu voll ist, Alter Weißt du, was noch zu voll ist? Deine Mutter, aber es blickt nicht an den Alkohol an diesem heutigen Abend, Alter Verstehst, was ich meine Boah, ist das widerlich Boah, ist das widerlich Es tut mir leid, der Kurt mit Tee, aber du wirst gleich abhauen Jetzt wurde Nummer 34 gefressen Ey, die haben sich wund getanzt Die haben sich die Beine durch die Körper getanzt Alter, Alter Was soll ich denn das denn kaufen jetzt? Ich darf in meinen fucking Garten so viel reinknnen, wie ich will, du Lappen, Alter Schnauze, du hässliche Fresse, hab ich gesagt, ey, hör mir einmal Hör mir einmal deinem ganzen dreckigen Leben zu, Alter Ich weiß, du bist eines der minderwertigsten Exemplare auf diesem Scheißplaneten hier, aber Trotzdem kannst du mir mal zuhören, ey Warum ist der jetzt urplötzlich super traurig? Kenderry 12 ist am weinen Der Kurt ist am weinen Wird es mich eigentlich jetzt rollen? Ja, bitte, dann haut jetzt einfach ab, Alter Verpisst euch jetzt Los Los Die Leine jetzt Ich will hier keiner haben Tschüss Was sollst du, dann verkaufen wir dich einfach Ich muss mir gar hier neun jagen lassen, ey Tut mir leid, kommt mir Tee Mir ist kein Auftrag zu klein, aber je größer Fucking 9000, Alter Ein Jäger Los Skandary 12, das war auch ein Flennen, Alter Okay, es geht wieder Eins Zwei Drei Ich seh nur drei Kandaries Eins Zwei Drei Vier Und Drei 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 4, 5. Okay. Oh, Dango wurde gefressen. Cool, yo. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal 6 suchen. Wir müssen jetzt nochmal 6 suchen. Nehmen wir 11. Wir müssen jetzt nochmal 10 oder 12 hab ich jetzt irgendwie gelesen. Keine Ahnung. Mal 11. Alter. Mal 11. Gleich gibt's Back-to-Futter. Nein, hab ich nicht. Mal 7. Alter, lande doch mal auf den dummen, dreckigen Scheiß-Boden, Alter. Dann habt ihr alle Hummeln im Arsch, oder was ist hier los? 12. Mal 7. Ne, ich will's nicht. Verpiss nicht. Ich will nicht mehr verkaufen. Du unnötiges Scheißvieh. Nummer 10. Nummer 6. Meine Fresser, ey. Haben die jetzt alle Hummeln im Arsch, oder was? Dengu, so. Dengu wird die ganze Zeit gefressen. Hier noch 2 Bombs, war? Hört's aber. Ja, Baseng. Was ist denn nun? Nummer 5. Oh. 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 der und dann doch dann doch dann doch die weiß was gut ist er weiß was gut penis ob die hähnchen die kleine haupte hähnchen haustachio haustachio aber sen kommt jetzt heute nicht mehr rein wie so ist fettkohle hier wieder ein bisschen huch vor allem die parol ist eigentlich eher so ne ängstliche seit zwei drei tagen mag sie sich auch mal raus hier das ist ganz cool es freut mich das zu sehen vor allem weil sie vor ein paar tagen mir ordentlich angst gemacht hat ey zum grönen abschluss würde ich sagen schmeiß mir den controller nochmal raus um ihn wieder reinzustecken um dann das pinata zu holen was fucking 9000 kostet ey nein das ist ein fucking geheimnis blablabla 1 der Und warum auch immer er gerade angefangen hat zu flammen? Ich hoffe du bist nicht so eine scheiß Nudel. Du bist ein Flutterscotch und so. Du solltest dich nicht bekämpfen, du musst ihn fressen ey. Du sollst sehen, dass sie heute nicht mehr gepflegt hier. So, wer ist krank? Wo ist krank? Habe ich gar nicht gesehen Digga. Voll Tarnung mäßig. Was sieht mir aus hier? Shit happens. Piss dich. So, los heilin. Gut, diesmal bin ich hier richtig. Speichern und fortfahren. Nein, nicht speichern und fortfahren. Speichern und wenden. Ja. Jut. So. Habala. Ja. Wie immer. Schroder ist in die Kommentare wenn euch was gefallen hat. Vor allem könnt ihr mal mit meinem Lebensbike ein bisschen spielen. Entweder könnt ihr mal ein bisschen was absenken oder halt mal ein bisschen was. Mal ein bisschen auffüllen. Würde mir jedenfalls sehr gelegen kommen. Des Weiteren, wie gesagt, wenn irgendwann mal irgendwas ist, wie gesagt mit dem Kanal und sowas, werde ich das jedes Mal bei Facebook teilen. Ich bin jetzt nicht gerade der große Facebook Schreiberling. Aber ich sag mal, wenn so neue Formate und sowas hochkommen oder wenn halt besondere Videos halt hochgeladen werden, werden sie dort immer verlinkt. Oder halt, wie gesagt, wenn irgendwie was angeht. Von wegen, ich hab halt gerade keine Zeit was hochzuladen und sowas. Oder ich mach ein Special mit jemand anderen zusammen auf deren Kanal. Dann wird das meistens immer bei mir halt mit verlinkt auf Facebook. Und ja, könnt ihr mal vorbeischauen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss.